so das hier ist auch so weit so gut er wird hingefahren oh manometer müllverbrennungsstatus ja wir haben noch gar keine müllverbrennung und das ding haben wir auch nicht weil es 250.000 kostet so also die nacht ist mir ein bisschen zu dunkel ist mir echt ein bisschen zu dark die ist hier aus kann ich hier irgendwie das noch einfacher verbinden so dahin das heißt wir können die verbindung hier einfach mal canceln die stört ja hier im gebiet da kann nichts gebaut werden so hier haben wir ein bisschen dreck das heißt wir brauchen eigentlich noch eine deponie am besten so dann haben wir da ein bisschen den kram korrigiert na dann fahren sie hier so ein bisschen die stadt hier so eine hauptstraße so eine finde ich doch ganz gut und hier was rum jetzt hier schön rein wunderbar und er wendet da so okay wir brauchen mehr gewerbe und gewerbe wird ja auch irgendwie gepusht so wie ich das verstehe hier im gebiet so die müllabfuhr kommt da vorbei super das heißt man hat hier so ein bisschen ein bisschen so dass man hier so zu verbinden sieht nicht so gut aus und verbindung ist wieder da so damit die da wieder raus können und wir können hier ein weg rein das heißt es wird fast alles hier rüber laufen außer man will nach da deswegen habe ich extra so ein klein fahrt hier genommen kriegen wir den noch ein bisschen dünner so dass da was hier ist gut für geringes verkehrsaufkommen damit dürften sie sich das anders überlegen hoffe ich fahren trotzdem da lang na ja man kann sich da vielleicht gedanken machen wenn man das ein bisschen ändert hier zum beispiel da können wir alles mögliche durchlassen was sind das hier bus passenger cargo truck garbage hier ist also weiß ich nicht emergency so wir machen erstmal das hier komplett 140 ja man kann sogar die einzelnen spuren noch da ein bisschen bearbeiten die hauptstraße mal so richtig durchgeballert werden kann wäre interessant wenn das auch optional irgendwie lernen oder so ist weiß es nicht so und dann möchte ich gerne 15 hier haben dass man die straße ungern nimmt ja ich kann natürlich sagen ja hier kein komisches tralala weiß ich nicht was so abwasser und wasser wir brauchen mehr leute sehe ich also mehr wohnungen damit können wir arbeiten das kriegen wir hin so hier führt ja die eine straße entlang ich gehe also mal den natürlichen verhältnissen nach ja so man kann natürlich hier auch noch mal verbinden wieder so das heißt wir machen hier noch mal eine verbindung ich dachte gerade was ist das denn für eine kuhherde sah irgendwie aus als wäre dann kühe oder so eine art kuhherde oder so was habt ihr denn da für ein problem habt ihr keine angestellten happiness bitte nicht genügend arbeiter achso ja daran arbeiten wir jetzt mal und zwar können wir jetzt hier jetzt ein bisschen das aufarbeiten ja so vielleicht gut so dass man so ein bisschen dann zu teilen schön 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 ja ja okay dann der pinsel was ist du für ein dober pinsel ey so ja rüber warte mal ein bisschen schneller ich glaube wir werden auch ein bisschen gewerbe gebrauchen und hier natürlich für die leute so ein bisschen was und zwar ein platz mit blumen guck euch das mal an das baller ich jetzt hier einfach mal so hin ich mach das ein bisschen mach das ein bisschen schöner so einen da also ich verteile ein bisschen mehr sorry so meine ich das nicht schöner unbedingt ein bisschen mehr verteilung da bringen ja ihr habt ja gar nichts ne ist auch mehr unschön so Strom bekommt ihr sobald Leute da wohnen geht dann auch bald los also zack rund geht's hier sehr gut also die Leute fahren auch jetzt hier durch Müllberge ja was ist das große Problem dass wir so lange da keine Verbindung hatten oder wie sieht das aus also hier können die direkt hinfahren schön noch eine zweite Überfahrt da machen mal schauen ähm Deponie 49 Volt 11% voll 8 von 8 echt so wenig Autos so wenige Müllwagen so Wasser Wasser und Strom das heißt ähm wir pumpen mal Wasserpumpstation denn damit arbeitet sie sich doch irgendwie ein bisschen besser so ist da dann auch Strom vermute ich mal 12.000 es gibt wieder 20 MW das können wir schön vor die Küste packen einer geht noch das ist doch schön Abwasserklärung ist auch noch in Ordnung hier und da ne super wir machen sogar ordentlich plus das heißt jetzt können wir ein bisschen mal durchballern hier die Zeit so und wir haben den Megastau hier okay weil sie alle nicht da lang wollen hier wollen sie hinfahren aber nicht rausfahren okay sieht ja sonst ganz gut aus ähm Rohstoffe was ist denn Wald was kann man denn mit Wald als Rohstoff machen das weiß ich echt nicht ich zumindest komme ich jetzt gerade nicht darauf Wald als Rohstoff kann man jagen gehen oder oder was ist da der große Clou dahinter so überall sind noch kleine Lücken zumindest für die Landwirtschaft so und falls wir hier noch irgendwas ranballern wollen vielleicht irgendwie so Gewerbe könnte ich mir doch vorstellen gut ähm da tut sich gerade nix hier machen wir mal Falls da ist Falls hier auch dass auf dieser Hauptstrecke immer so wenig wie möglich los ist so gut jetzt müssten sie doch da besser durchkommen was ist das Feuerwehr mhm farm der Tiere oh shit sag mir nicht hier ist mega Feuerwehr oh Feuerwache Leute wir brauchen hier eine Feuerwache okay ist unterwegs mhm aber wird noch gemacht hat ein bisschen länger gedauert wird neu aufgebaut Neues ist hier recht hoch ähm das ist wohl negativ dafür Happiness ist in Ordnung Feuer okay gut 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 also soweit bin ich recht zufrieden so und das hier können wir mal ein bisschen moving wir brauchen ja wahrscheinlich irgendwie hier so eine Arztpraxis die können wir anschalten schön 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 hab ich noch irgendwo eine Arztpraxis ausgestellt hm 1,2,3,4 hm weil ich das sehe nicht aber ich weiß auch nicht ob wir wirklich noch was brauchen ich hab auch gar nicht das Geld dazu das heißt hier Leute durchballern jetzt ziehen mehr Leute rein so da geht's hier rum gefällt mir soweit ganz gut gefällt mir soweit ganz gut hier unsere Stadt also das sieht komplett anders aus muss ich ja mal so sagen als das was wir vorher alles hatten oder also unsere Stadt also das hier hinten ist doch so ein bisschen experimental fail weil äh eine Straße dahin und die müssen so weit dahin um da einzukaufen ähm aber hier könnten wir vielleicht so ein bisschen Gewerbe abgehen lassen das hier was ist das wieso macht das Schmutz was ist das für ein Ding was ist das für ein Ding was ist das oh shit das ist außerhalb oh man gerade gewundert warum ist es da so schmutzig das Ding muss weg pollution bing 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 ja ich hoffe das wird bald wieder sauber so und jetzt hier zwischen könnten wir ja ganz leicht so ein bisschen hier mal so richtig groß so und jetzt noch ein bisschen was anderes dazwischen so das ist hier richtig oh das ist richtig krass aber richtig schön grün ich denke auch das wäre nicht verkehrt weiß nicht so wenn wir hier ein bisschen mehr Grün dazwischen hätten ich will gar nicht so viel da reinballern aber da kommt ein bisschen viel raus na gut so sieht das jetzt hier richtig schön grün aus Abwasserstau Abwasserklärung okay den können wir uns nicht leisten der hier ist noch wieder angesagt Large Clarifier das hier ballert wie viel 120.000 Strom 120 Kilowatt braucht der glaube ich so angebunden hier auch mal scharfe Spuren oder wie war das geht leider nicht so und wir sind eine große Kleinstadt sehr schön dürfte das Abwasser jetzt auch verbessern Kriminalität sehe ich jetzt hier Gefängnisse haben wir keine ja äh Feuersicherheit ist sehr niedrig das heißt die Brandgefahr ist hoch was ist das Feuerwehrhaus was ist das eigentlich französischer Stil oder was weiß es nicht genau wollen wir hier mal eins hin vielleicht da eins sieht nach Krankheiten da hinten aus nach Müll oder irgendwie so Polizei eine Polizeiwache oh machen wir da auch noch eine hin da haben wir gar nichts aber das ist auch okay noch ne so die Bildung nachdem wir da eine Grundschule haben können wir hier auch noch mal eine hinpacken so das ist alles für die Happiness und boom weiter durch damit da hinten sehe ich Kranke ich sehe tote Menschen ein Verstorbene muss abtransportiert werden und das geschieht hier nicht offenbar ne ich will mir hier beim Müll gucken aber das ist ja auch hier Krankenhaus ist Krematorium auch noch nicht dafür brauchen wir 9000 Einwohner hm ja warum nicht auch ein Friedhof da einer ist bei der Arbeit gestorben oder so ich weiß nicht oder auf dem Bauernhof von der Kuh übertrampelt passiert halt auch mal so ein Gewerbe wird jetzt hier gefordert und ich denke hier können wir ein Gewerbe machen es ist wieder alles gemischt ja es ist wieder alles gemischt es kommt im Prinzip alles hier rüber über diesen Kreisel hier haben wir ne Ampel ne die wollen da rechts ab die wollen hier durch okay ja fahr einfach rüber mhm was ist das denn für ein mickiges Auto was ist das denn hier für eine kleine Karre okay also hier ist natürlich großes großes Potential für Stau weil es hier so in der Nähe ist dachte ich mir mhm warum nicht warum nicht wir auch die Möglichkeit nutzen ich denke es wäre nicht verkehrt ich weiß noch nicht wie weit man da so die Möglichkeit hat ich will das gar nicht übertreiben äh ja ich weiß nicht wie weit wir da ähm oh ich glaube schon die großen jetzt hier machen wir was groß okay machen wir was großes malen wir ein bisschen groß so soweit erstmal so gut wir sind wir sind Untertitelung des ZDF, 2020